Ich bin Mathe-Peter und in diesem Video schauen wir uns direkt am Beispiel an, wie du lineare Gleichungen lösen kannst. Stell dir vor, du hast diese Gleichung hier. 4x plus 1 ist gleich 3x minus 2. Und die Aufgabe ist, alle Werte für x rauszufinden, die du hier für diese x einsetzen kannst, sodass diese Gleichung erfüllt ist. Also sodass auf der linken Seite das gleiche steht wie auf der rechten Seite. Das bedeutet, dass du am Ende nur ein einziges x dort drin stehen haben darfst. Entweder auf der linken oder der rechten Seite. Das kannst du dir auch noch selber aussuchen, wenn du möchtest. Aber nicht mehrere x-Werte, so wie hier und hier. So wie es hier steht, ist die Gleichung auf jeden Fall noch nicht gelöst. Das ist aber kein Problem, denn wir können auf jeden Fall ziemlich einfach diese x zusammenfassen, indem wir sie auf einer Seite sammeln. Beispielsweise indem du die 4x auf die rechte Seite rüberziehst oder die 3x auf die linke Seite rüberziehst. Ich entscheide mich jetzt einfach mal dafür, die 3x auf die linke Seite zu ziehen. Mach dir aber gerne mal den Spaß und mach es genau andersrum. Du wirst sehen, da kommt genau dasselbe Ergebnis bei raus. Um die 3x auf die linke Seite rüberzuziehen, musst du einfach das Gegenteil rechnen von dem, was hier steht. Also die 3x und die minus 2 sind ja verknüpft durch eine Addition oder Subtraktion, also durch die Strichrechnung. Hier steht minus 2. Hier kannst du dir ein Plus dazu denken, eine plus 3x. Wenn du kein Vorzeichen schickst, steht das immer positiv. Und du musst einfach das Gegenteil rechnen von plus 3x. Das ist minus 3x. Auf diese Weise kriegst du die plus 3x von der rechten Seite weg. Jetzt ist es wichtig, dass du auf beiden Seiten dieselbe Rechenoperation auswählst. Du musst also auf beiden Seiten das gleiche rechnen, damit die Waage sich wieder ausgleicht. Wenn wir auf der einen Seite das Dreifache von x abziehen, müssen wir es auf der anderen Seite auch machen. Nur dann bleibt die Gleichheit erhalten. Das heißt also, auf der rechten Seite bleibt nur noch die minus 2 über, weil die 3x löscht sich ja gerade aus. Aber auf der linken Seite kommt auch eine minus 3x dazu. Wir ziehen also von den 4x 3x ab. Ein einzelnes x bleibt also über. Stell dir vor, es sind 4 Äpfel, minus 3 Äpfel ist gerade ein Apfel. Und die mal 1, die davor steht, die brauchst du nicht schreiben, weil mal 1 macht nichts. So, das heißt, das Einzige, was uns jetzt noch stört, damit das x alleine und einzig und allein auf einer Seite steht, ist diese plus 1, die hier noch an diesem x dran addiert steht. Und da machen wir einfach genau das Gleiche wie eben. Wir machen einfach das Gegenteil von dem, was uns stört. Das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wegbekommen wollen. Und wir wollen die plus 1 wegbekommen, also machen wir das Gegenteil. Wir rechnen minus 1 auf beiden Seiten. Das heißt, auf der linken Seite bleibt noch ein x über. Die plus 1 löscht sich aus, weil wir die 1 gerade abziehen. Wir müssen aber auch auf der rechten Seite minus 1 rechnen. Aufgepasst, minus 2 minus 1 ist eine minus 3. Ist ja schon eine negative Zahl. Und damit haben wir die eine Lösung raus, die unsere Gleichung hatte. Also x gleich minus 3 ergibt auf der linken Seite eingesetzt das gleiche Ergebnis wie auf der rechten Seite eingesetzt. Überprüf das gerne, setz die Zahl nochmal ein, wenn du dir wirklich sicher sein willst, dass du dich nicht verrechnet hast. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir.